Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Vorher auf, das Spiel beginnt. Ja, es hätte mich gewundert, wenn wir die geklatscht hätten, hat der Nick gesagt. Völlig recht hat der Nick gehabt. Wir probieren das. Wo ist denn die Festung jetzt? Hm. Ganz da oben, oder? Unserer Linken. Ah, nee, da, ja, ja. Ja, da kommt man ja jetzt auch total einfach hin. Ja, über die Straße. Wir folgen einfach dem roten Auto, was da fährt. Total die gute Idee. Ich nehme die Abkürzung. Och, direkt gefahren, Stufe 30. Kein Problem. Ich bin jetzt schon wieder erschöpft. Was bist denn du für eine Wurst, ey? Äh, hier stehen Wachen. Mit Taschenlampen. Wo? Ich sehe sie nicht. Doch, da. Wie war das mit dem nicht einfach, wie war das mit dem nicht einfach reinballern? Ach, die können doch nichts. Ich hab, ich hab nicht angefangen. Der hatte 15 Shell Credits bei. Dafür hab ich Kugeln, dafür hab ich Kugeln in den reingeballert für 15 Credits. Warum humpelt meiner eigentlich so scheiße? Du musst dich heilen. Mit, äh. Du musst erst ausrüsten. Ähm. Ein Fertigkeitspunkt. So, mal gucken, was ich damit machen kann. Ja, ich hab auch einen, den würde ich gerne mal einsetzen. Was ist das? Fallschirm? Nee, fehlt mir noch. Nachtsicht. Nachtsicht hätte ich die Garten. Wie mach ich denn das wieder mit N? Nö, V. V, okay. Oh, Hilfe. I, das sieht ekelhaft aus. Thermal Vision wär gut. Guck mal auf, komm, ich nehm. Boah, aber die Nacht sieht schon geil aus, irgendwie. Ja, man hat das... Selbst auf meinen Billow-Einstellungen. Billow. Aber warum hab ich einen anderen Punkt als... Warte mal gerade, ich muss mal... Ah, Taktik-Karte bei einem Satz. Hörst du kurz bumm, da hinten leuchten 20 Fragezeichen auf. Wie rüste ich aber den Schalldämpfer aus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Äh, eigentlich wie bei Brake... Wie bei, äh... Ne? Äh, Wildlands. Wenn du einen hast. Aber du musst dabei zielen, ne? Ne, hab ich nicht. Ne, doch nicht. Doch, jetzt hab ich. Jetzt hab ich. Wie macht man das? Ach da. Wollten wir jetzt da hoch zu der Festung oder nicht? Ich bin doch schon längst da. Wo bist du denn? Ach da. Ah, okay, der war drauf. Hm. Oh, oh, da unten steht einer. Dann lege ich mich hin. Und roll mich zur Seite in Matsch. Da steht nicht nur einer. Hier wird's rot. Wie rutscht man eigentlich so geil in den Schnee runter? Das hab ich vorhin auch gemacht. Aber ich hab... Aus Versehen. Also ich wusste nicht, wie ich das gemacht hab. Ähm. Warum ist mein Typ so... Ja, ja. Oh, rot. Mörser. Aua. Mörser. Der bekloppt. Aua, 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 aua. Hab ihn. Mörser. Nee, der hat ne Bazooka, der Penner. Bin toooot. Aua. Wo? Oh, oh. Ja, jetzt die Pistole ist ne gute Idee. Bin down. Ja. Alter, ey, keine Schnitte. Nick alleine auf weiter Fleur. Ja, ey. Ich bin hier so eingekesselt. Lauf weg. Lauf, Forrest. Lauf. Ja, ey, laufen bringt nichts. Egal, wo ich hinlaufe, die haben mich sofort alle im Visier mit 300 Leuten. Aber das war übrigens kein Mörser. Der Typ, der hat mir in der Panzerfaust auf mich drauf gehalten. Ich bin doch kein... Nee, wenn ich jetzt sage, dass ich... Nee, nee, da gibt's nur ne dumme Antwort von Gerd. Nee. Ich könnte gleich bei Nick spawnen. ja hier ist total entspannt rakete 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 ein fahrzeug ja das ist doofes fahrzeug ich mir ab im fall berg runter vorne ich versuche es ich muss mich mal eben heilen mal wieder zu sehen halte ich schneller ich hab dir meine granate hingeballert war eine doofe idee ich glaube mit denen sollten wir uns noch nicht an ich kann halt auch nichts gegen das fahrzeug machen die hätte ich die hätte ich eben equippen können ich habe es aber nicht gemacht jetzt fällt er wieder hin der alter ich würde sagen dann lassen wir sagen da kommt einer um die ecke lass dich töten und dann verschwinden wir ja ist eine gute idee also das funktioniert nicht so wie wir hier spielen ja doch also das funktioniert theoretisch schon wir sind nur megamäßig schon nur gewinnen die anderen ja also wir sind megamäßig underpowered würde ich mal sagen quatsch nein wir haben wir haben gerade erst angefangen und legen uns mit fahrzeugen an und allem drum und dran die eindeutig nicht viel brauchen um uns zu zeigen wo der frosch die locken hat nämlich am sack so ihr habt dann alles von breakpoint gesehen reicht ne mehr wollte ich nicht wir spielen dann wieder groß wie kann man denn ein fahrzeug bestellen wo seid ihr denn ja das war ich auch gerade um überlegen ich hab das komisch nein ich glaube das geht über spieber ja das ist der in der felskante weißt du das ist total toll das fahrzeug bestellen nur über die wachs geht das ist glaube ich weiß es nicht der rollt aber schnell mal den berg runter ja weil du noch nicht trainiert bist da kommt ein auto aufpassen ich halte mich gerade kann ich kann gerade nicht aufpassen aber ich hätte gerne euer auto einer ist noch hinter ich habe keine ahnung was ich gemacht habe auf jeden fall war die granate ausgewählt ich wollte mich eigentlich nur heilen ich habe so das gefühl wir heilen uns mehr als das beschießen ich wüsste gerne wie ich den den einsatz hier markiert habe der weg machen kann welchen ja ich habe einen waffenpunkt also eine blaupause aktiv aber ich weiß nicht wie ich die wieder rauskriege über die map über die map ah stimmt 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 auffallend seid ihr an bord ja ok ich markiere dann mal ja hast du gut gemacht ok das war ein kurzer prozess ich hätte eine straßenmarkierung zu dem punkt nö irgendwie nicht nö irgendwie nicht äh es gibt keine es gibt keine wegmarkierungen mehr ne da willst du nicht lang oder doch 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 da kannst du lang fahren ich fahr nicht rechts rum rechts hoch rechts hoch ja ich muss ja erstmal hier umparken im kopf auch ich bin mir relativ sicher dass das kein opel ist in dem wir uns befinden doch ich kenne keinen opel mit einer shangun oben auf dem dach und wenn hätte ich den gerne und wenn hätte ich den gerne direkt laufen lassen da oben sind noch welche auf AAAAAAAA Kneil den doch ab Bist tot Freunde Dich dir wie Dich krieg nen Heli die jahre brennt da willst du nicht mehr einsteigen jetzt brennt die karne nicht mehr jetzt steigt auch ein ding fährt noch halt erst luten ich habe hier noch blut liegen ich auch ein bisschen money haben seine aber das ist auch schön man sieht den lud ja es gibt keine straßenmarkierung mehr wie wildlands das ist in der tat ein bisschen komisch ja ja komm trau dich steig ein nicht verstecken affe wusste ich dass er das macht keine drei meter gefahren was machst du der hat geld gedroppt da oben ist noch ein tango und der hat gut gefallen lassen und da ist auf jeden fall noch ein tango hat das auto jetzt gerade auf diesen kleinen schnee haufen ja ich glaube ich habe da hinten noch einen liegen auch der ist tot dahinten der da liegt also das funktioniert ja schon mal simultan schuss drohne hey cool aha in 3,4 kilometern ist der punkt markiert 1,2 was denn für die simultan schuss drohen oder was weiß ich nicht was du jetzt markiert hat ich habe gar nichts markiert so normales missionsziel sind 1,2 kilometer steht mit wachung ja klingt doch gut oder nicht was ist mit dem rucksack hier ne das ist ein typ ist das ist ein zivilist ok dem tue ich mal nix war da was gutes in der kiste oh minen untersuchen aufsatz einsatzziel kleines mp magazin ja dann mach mal ja er ist dabei ach so muss das mit enter auswählen ach so aufsatz lokalisiert kleines mp magazin er hat ne mt ich hab ne mütze ne mtze die wollen nicht aus ihrer deckung kommen die sind doof ja ok ich hol den mir ab ihn ab ihn wow wie langsam die auch umfallen und was die für eine szene dabei machen das ist cool ok gut einsammeln hier sind bahngleise warum und was habe ich da für einen punkt markiert ach der gehörte dazu ich hätte einen raketenwerfer im angebot vielen dank fürs abo wo hast du einen raketenwerfer bekommen ich habe gerade einen raketenwerfer gekriegt was simultanschussdrohne hmm dann rocket launcher fürs nix tun ey war der in der kiste oder hat der typ den gedroppt ne gedroppt aschloch ja ich mach dir die ganze arbeit einem riesen mg hallo wieso hab ich ja kein ziel auch jetzt simultanschussdrohne ja danke aber ich habe an die wir werden beschossen ich werde beschossen das ist jetzt ziemlich beschissen ich halte da nochmal rein ohne weste wir sollten vielleicht das auto wechseln auf den auf den wendigen hier finde ich das haben wir war jetzt nicht das wendige was ich meinte aber aber was habe ich denn da für eine markierung bei a gesetzt kann ich die nicht kann ich die denn aufheben meine markierung bei wo fahren wir denn jetzt ja wir fahren jetzt zum zu dem punkt da zu dem gelben links von uns in 1,8 da ja ja ok stopp stopp und der hund hat das hat das tier hat fäll und essen gedroppt das müssen wir auch mitnehmen ja um 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 wo um um und um 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 voll lotte also ich bin dafür wir sollten jetzt mal darunter gehen ja ich sah damit erst mal gut ein haben die was getroppt ja hier oben nicht und jede menge munition dann können wir uns auch jeder motorrad schnappen hier ja ich möchte gerne sehen wenn du gegen irgendwas knallt die stehen nur zwei ja muss einer kann auch im rücksitz oder nicht ja ich kann ja das die karriere ja wir müssen zu dem gelben punkt da fahren wir jetzt mal straight drauf zu kommen ja steig mal als ich sage allen danke mein gut aua hallo da sind tangos ist auch total gut hier ach feindliche truppen einen habe ich gefahren nehmt ihr die jetzt auseinander oder fertig ja der hat sprengsatz gedroppt ich fahr mal von dem herunter dann kriegen wir das gut auf ne ne ach so ne induktionsbatterie aha munition mal nachladen schöner sprung schön ja wer kann der kann der kann ooo 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 die Howимся die heck das Tor hat kein Rückwärtsgang Aua, ich bin vor meinem Motorrad geplumpst. Also, eine Sache steht fest. Die Dinger sind geländetauglich. Stopp, Heli mit Kiste, mit äh, ich nehme den hinteren, sag Bescheid, aber der vorne bewegt sich gerade. Sag Bescheid. Jetzt hab ich ihn. Ja. Zähl runter. Meiner läuft. Ich machs Backup, falls einer nicht trifft. Meiner steht. Alles klar. Jetzt läuft meiner wieder, das sind doch Sausäcke. Ach hier, Simultanschuss. Guck mal. Ja, probier doch mal aus mit dem Simultanschuss. Ich hab jetzt A gedrückt, jetzt muss noch jemand irgendwas drücken mit dem Simultanschuss. Was? Wie löst man den aus? Oh. Oh. Meiner fällt doch gleich wieder hin, ich sehe es schon kommen. Aua! Jetzt hab ich in den Kopf gestoßen. Hä? Oh oh. Einsatzesziel abgeschlossen? Was? Ja, wir mussten hier hin. Hupkiste. Und? Warte hast du? Type 95. T95. T95. Okay. Da kommt mir so eine komische... Das ist keine Kiste, das ist irgendwie so eine Klammer mit einem Tricht drüber, wird mir hier angezeigt. Hey. Wissen Sie zufällig, wo ich Jace Scal finden kann? Ich wünschte, ich wüsste mehr. Irgendeine Idee, wo ich diesen Ort finden kann? Wenn Sie in diesem Ort suchen, werden Sie sicher nicht enttäuscht. Danke, und bis bald. Äh, Karte aktualisiert, Biwak bekommen. Hm. Und gegen Sie, I know, okay? Mhm. Keine Ahnung, was das ist, hier. Hm. 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 helft drohne die denen gehört wir werden hier gerade es ist ein sniper da ist eine drohne drohne habe ich ja ich habe zwei kerle habe ich muss nachladen habe ihn aber noch eine drohne warte ich würde gerne mein gewehr tauschen gibst du mir rückendeckung der rambo mit dem mg ist da hat denn der beta schon gut funktioniert wir schmeißen hier eine rauchgranate ne das war ich das ist so eine tarntechnik die er mir dann an oh leute was gibt es hier noch loot ey hier im haus gibt es irgendwas ich frage jetzt nur wo kommen wir rein hier unten auch noch eine pistole frag mich nur wie man hier reinkommt also hier nicht ach wieder eine hose werbung werbung ach das nick ah gerd du bist da oben ja was hier geld credits 2000 wie bist du denn wie bist du denn aufs dach gekommen hier ist eine treppe wo ich bin ich bin jetzt im schlafzimmer war ja klar im haus ist eine treppe ne außen hier wo ich bin hier da hoch habt ihr unten die zwei kisten schon also wo unten im gebiet unten wo das motorrad zum beispiel ja 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 die habe ich 2000 credits nick du bist immer noch gestummt achso hier ist munition glitter 45er kaliber oh also das mg ist ja ganz nett hier die piste würde mich interessieren aber da weiß ich nicht wie ich rankomme warte hier in dem hause ach da direkt daneben ey wo bist du denn da ein pischl eine f14 achso ja die kiste habe ich schon habt ihr hier die kiste am gelben punkt schon äh kann ich dir gleich sagen wenn ich hier irgendwie wieder hoch komme ok also eins haben sie aus der beta nicht gelernt die lampen sind lustig ja ja ha 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 access verbinden ok 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 So, und was es mit dem gelben Punkt aus sich hat, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ja, aber ich würde erst gerade noch die Kiste da looten. M82 Barrett. Yo! Barrett? Nice. Nick? Ah, hier im Swing Club kannst du deine Wasserflasche aufhören. Ach, du bist so ruhig. Woher weißt du das? Ach so. Weil ich mitten im Pool stehe. Wie mache ich das? Ach, hier. So, jetzt muss ich aber meinen ganzen Loop mal gucken hier. Warum kann ich mich nicht bewegen? Weil der die noch auffüllt. Man kann im Pool nicht schießen. Doch, aber nicht zielen. So, ein Fertigkeits. Drei Fertigkeitspunkte. Wieso hast du einen Fertigkeitspunkt? Und ich habe nichts. Ach, jetzt zeigt er mir immer noch das Tutorial. Ja, ich kenne doch jetzt das Tutorial mit den Fertigkeitspunkten. Kannst du jetzt mal aufhören, mich zu nerven? Danke. So ein Blödsinn. Wärmebild? Wärmebild kann ich aber erst später machen. Ich nehme Wärmebild. Du kannst das schon machen? Ja, Wärmebild kann ich auch schon machen. Habe ich auch so. So, was können wir denn noch? Kopf. Ein Brett bietet mir mehr Kopf. Okay. Was mich nervt ist, du hast so viel Neues freigeschaltet. Und wenn du mit der Maus nicht einmal da rüberfährst, dann zeigt er dir das immer wieder an. Mhm. Ja, das Barrels hat größere Präzision, Handhabung weniger, Durchschlagungskraft etwas mehr, aber weniger Geschwindigkeit. Hm. Das ist ein LMG. Mal alles hier rausnehmen, was... Dass man das nicht alles sofort als gelesen markieren kann, weißt du? Bei den Fertigkeitspunkten ist das ganz schlimm. Oh, ich kann hier was lösen. Wir sind die maskierten Soldaten, die die Ghosts hingereicht... Wer sind die maskierten Soldaten, die die Ghosts hingereicht waren? Kann ich lösen. Krieg 300 für. Habe ich jetzt gelöst. Und was ist jetzt die Antwort? Ah. Ah, da müsst ihr schon ab und zu mal reingucken, ob ihr die dann lösen könnt oder ob euch da noch ein Hinweis fehlt. Ein Nachforschungsziel. Das ist genau wie bei den Einsätzen. 150 plus, empfohlene Stufe. 150 plus. Ah, du kriegst ja auch Einsätze mit empfohlenen Stufen, Gerd. Hm. Aber ich würde sagen, wie das Ganze hier weitergeht. XP Stufe 5 habe ich jetzt. Wow. Wie das Ganze weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Sind wir uns da einig? Ja. Alles klar. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.